Hä? Warum kann sie denn nicht einfach da hochklettern? Vielleicht geht das ja irgendwie. Warum springt sie jetzt auf einmal so krass hoch? Seltsam. Scheiße, wo muss ich denn jetzt hin? Alice, klettern mal da hoch, bitte. Ich bin gerade hart verwirrt. Und wenn ich... Nee, das kann ja eigentlich nicht Sinn und Zweck des Spielzeits sein, oder? Dass ich da jetzt quasi gegen die Wand smashe. So, mal gucken. Oh, hier gegen Wand smashen und dann irgendwie da wieder hoch. Nee. Das ist nicht richtig. Da drüben auf den Felsvorsprung komme ich längst nicht. Das ist doch alles sehr komisch. Hä? Ist noch wer so verwirrt? Ja? Gut. Dann gucken wir doch mal kurz in den anderen Spielstand. So, hier. Da kannickeln. Ja, ja, komm, wir garantiert nirgends rüber. Da kommt schon wieder Helikopter. Ja. Ja. So, das da oben kann ich mir einsammeln. Wozu ist denn dieser Sprungpilz da drüben? Ja, jetzt. Schneller. Schneller. Gut, danke. Wie soll man denn da jetzt drauf? Wofür bist du? Da unten geht's ja nicht mehr weiter. Und da oben geht's auch nicht mehr weiter. Äußerst seltsam. Und hier kommen wir gerade her. Wo es aber auch nicht unbedingt weiter geht. Hüpp. Lauft Steine. Schnell. Hüpps. Ne, das sieht nach Abgründen aus. Wir gehen jetzt mal hier kurz weiter. Aber das ist ja die Stelle, wo wir ja schon mal waren. Wo uns dieser komische Fisch so geil hin und her gezogen hat. Alter. Und wieder zurück. Wieder vor. Und geschafft. Da, Wasserfall. Hier, dann vorbei. Ja, ja, genau. Da war dann die Killerblume. Hier hat man den ersten Pilz beigebracht bekommen. Punkt. Oh. Also, hätte ich ihnen beibringen beigebracht bekommen sollen. Boing. Aha. Dann Snorkelwürgel und hüpfen wir da mal rüber. Und hier war das Kanickel. Alles klar. Kanickel. Check. So, Kanickel hat gesagt, springen wir da runter. Da hab ich gesagt, jo, mach ich. Dann hier Liane und weiter schwingen, schwingen und da runter singen. Okay, ja, also äh? Und dann sind wir genau hier. Wo man dann merkt, wo man dann mal hier rüber latschen und dann läuft da drüben kein Nickel lang. Und jetzt ist hier unten was respawnt. Also kann das ja nicht so verkehrt sein eigentlich. Aber ich weiß halt absolut, also ich weiß gar nicht, ist das jetzt respawnt oder liegt das daran, weil ich den Stand neu geladen habe? Ich hab keine Ahnung. So. Pam. Kaputt. Oh. Nein. Hier. Pam, pam. Kaputt. Alter. Pam, pam. Kaputt. Jetzt. Kaputt. So. Wozu ist denn der Pilz da unten, falls man mal runterfällt oder was? Hm. Okay. Ja, also irgendwie hab ich hier das da drin noch nicht ganz verstanden. Kann sie denn irgendwie die Lianen hochklettern? Hier kann sie sich drehen. Du drück jetzt gerade mal hier so auf den Pfeiltasten rum, aber das... Aha. Vielleicht mit E. Ah. Oh Mann. Ja, mit der Aktionstaste kann sie da hochklettern. Gut, darauf hätte man vielleicht auch kommen können, vielleicht aber auch nicht. Oh, da drüben muss ich hin. Äh, äh. Boing, Flip. Gut, das da oben ist mir egal. Ja. Die Aktionstaste, die alte. Oh. Äh, Moment. Ich hatte die Karte nicht schon. Bombardiert er mich einfach? Arschloch. Vielleicht sieht er mich nicht. Ja, jetzt geht her, das mal her. gut geschafft. NP, wir freuen uns über eine spielerische Erkenntnis. Weg. Okidaoki. Pam. Blöder General. Tak, 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 tak. Und Messer an den Kopf. Daneben. Pam. Stirb, 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 stirb. Uah. Na toll, jetzt ist das Leben da runtergefallen. Ich glaube, ich habe ein bisschen zu auf die Maustaste gedrückt. Ich mache gerade nichts. Nichts, ich habe die Hände weit oben. Oh, hier, Hände am Mikrofon. Hör auf, alles. Ja, gut, danke. Stirb. Was? Was? Hör. Bum. 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 Gut, dass ich so viel Mana habe. Und gut, dass sie immer automatisch die Waffe wechseln muss. Baaah. Furchtbar. Muss gleich aufhören. Spiel kostet viele, viele Nerven, wie ich ja schon eingangs erwähnt habe. Arschloch. Warum gibt es immer nur die kleinen Dinger? Das ist doch voll lame. Voll lame. Und ich verspürte diesen Rekopter. Das macht mehr. Das bringt auch nicht, sie zu killen, weil die garantiert immer wieder kommen. Karten, 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 Karten. Besser. Au. Besser. Also, die Rangekampfskills sind einfach unübertroffen hier drin. Man braucht sie einfach. Da drüben ist schon wieder eine Pflanze. Ich habe sie genau gesehen. Und speichern. Wozu Pilze? Ah. Ah. Ha. Gemein. Den wollte ich haben. Leck mich doch am Sack da oben. Arschkranken. So, hier ist schon wieder so eine Kiste. Nein, Pilz, nein, nein, Pilz, nein, 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 Pilz, nein, Pilz, nein, Pilz, nein, Pilz. Pilz. Kann man die überhaupt Schaden machen? Ich weiß es nicht. Ja, ich glaube schon. Pilz, Karten, Karten, Karten. Irgendwie sind die ja schon cool. Auch wenn ich mich mit tierisch erschrecke. Ne. Ich ignorier die da oben jetzt einfach, auch wenn mich dieses Helikoptergeräusch irre macht. Ich kann das gar nicht nachmachen. Ist ja nicht so, dass ich auf dem Krankenhausgelände wohne und genug Helikopter den ganzen Tag um mich herum habe. Danke für den Absturz. Speichern. Äh, laden. Ja, was macht ihr denn da? Warum fluppst sie einfach weiter? Laden. Und schnell die Leertaste loslassen. Man darf die, glaube ich, keine Millisekunde zu lang gedrückt haben. Hör, was loslassen. Wohin denn eigentlich? Baum? Vielleicht? Oder nach oben? Nach oben, würde ich sagen. Dim, 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 dim. Ja. Boing Philipp. Zack. So, pass auf, der stirbt jetzt hier drauf Ich kann mir noch die Mana und so holen Danke, Spiel Danke Oh, hier wieder ein reißender Bach Da drüben, Pflanze Dann noch eine Hier brauche ich jetzt aber echt mal ein bisschen Ruhe vor denen Das kann nicht wahr sein Ich kann schon wieder den nächsten Was passiert wohl, wenn ich da durchgehe? Nichts Also das Messer macht deutlich mehr Fernkampfschaden Hab ich so den Eindruck Aber naja, gut, dafür ist das eben doch ein Hit Der sitzen muss Hihi, Blüten-Tülpe Äh Äh, Aua Aua, Aua Aua, Aua, Aua Gott Habt ihr auch Angst? Ich hab's Oh, hey Krautland Cool Wieder was geschafft Wieder was geschafft Wie leise es hier ist Das gefällt mir gar nicht Die Raupe ist gleich hinter der Lichtung, Alice Eile ist jetzt wichtiger als Tarnung Hochsched Die Raupe ist gleich Das gefällt mir gar nicht Es geht just und es geht Es geht Bis zum nächsten Mal Alle, die ich liebe, sterben gewaltsam. Ich bin verflucht. Warum soll ich noch weitermachen? Keine Zeit für Selbstmitleid. Meide diese Wilden und finde die Raupe. Oh Mann, da wurde der Hase einfach umgesmasht. Wie gemein. So, jetzt geht mal weg hier. Ich wollte jetzt eigentlich nämlich mal Tschüss sagen, nachdem ich mal hier in Ruhe gelassen habe. Ja, liebe Freunde, nach diesem tragischen Ende hier mit dem plattgemanschten Häschen verabschiede ich mich mal wieder für heute. Und wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahme-Session, wenn es wieder heißt, let's play American Mackeys Alice. Ich freue mich auf euch. Bis dahin. Macht's gut, Freunde. Tschüss.